und damit hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem kanal heute sind wir mal auf schnitzel kraft unterwegs und ich werde etwas bauen ich habe noch keine ahnung doch ich habe eine ahnung ich werde mal spenden kiste bauen weil da habe ich noch gar keine ich bin heute ausnahmsweise mal alleine unterwegs weil jan keine zeit hat ja ich bin heute allein unterwegs und werde glaube ich mal was cooles bauen also probieren nicht wundern ich bin nicht der beste im bauen das heißt ihr könnt mir gern baut tipps und tricks in die kommentare schreiben hier könnt ihr hier können wir die hier könnt ihr dann sieht doch ihr könnt ihr die sachen loswerden loswerden die er nicht mehr braucht ich hoffe also es müsste grammatikalisch richtig sein die er nicht mehr braucht also das heißt dann machen wir hier zwei dinge hin ja das soll erst mal nur provisoren so rein also ich hoffe ich brauche jetzt eine relativ coole spendenkiste ich habe mir gerne gesprächs themen wie schon im letzten jahr und geschrieben oder gesagt gesprächs themen in die kommentare ich habe keine ahnung was hältst du von dem und dem und dem und dem und was hältst du von dem und dem und dem ja keine ahnung da würde ich sagen da das video jetzt sehr kurz geworden ist das ist hier übrigens ein grundlück ich habe ein relativ großes grundstück nochmal in dem in diesem sinne also nein in dem video möchte ich nochmal an was noch sagen denn ich diesen großen berg gebaut hat dann würde ich sagen da das video noch nicht so lang geht würde ich sagen richtig nochmal mein shop ein weil wie ihr vielleicht sehen konntet gerade oder auch schon wisst bin ich hier dabei einen kleinen shop zu bauen also wiederum heißt nein ich baue jetzt erst die brücke ich baue jetzt erstmal die brücke ähm ja das heißt ja dann hoffe ich jetzt brauche ich eine relativ schöne brücke schreibt mir verbessungsvorschläge wie ich bessere rücken bauen kann ein paar vorschläge dazu gerne in die kommentare habe nichts dagegen da ich nicht der beste bilder bin kann ich so tipps und tricks so tipps und tricks zum thema bauen wenn ihr besser bauen könnt wie ich ähm schreibt mir dazu tipps und tricks gerne in die kommentare ja jetzt hoffe ich brauche ich habe mich nicht gewundert aber ich habe sehr erfreut dass so viele von euch mein kanal so kurzer zeit also sie nach so kurzer zeit schon so viele abonnenten habe das habe hätte ich jetzt nicht erwartet und wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt egal mit was also nicht ich bin jetzt nicht unbedingt auch wenn man einfach auch vielleicht in game würde irgendwas spenden würdet irgendwelche baumaterialien ich bin jetzt nicht so der der extrem viel holz hat ähm also ich hab schon viel holz aber das verbrauchert sehr schnell wenn ich wiederum zufolge ist zu fahren was wiederum heißt dass ich mir in letzter zeit eigentlich relativ viel holz kaufe Leute die öfters online sind dürften das eigentlich immer relativ gut mitbekommen ja dann baue ich jetzt hier die brücke fertig dann gucken wir mal was noch so ansteht ich finde für meine verhältnisse ist die brücke gar nicht mal so schlecht geworden hier oben habe ich auch noch so eine große hängebrücke drin hier habe ich noch so ein toll also ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen mein Plot dann hier oben kommt noch also da hinten hier mache ich noch dichter kommt hier noch so eine Windmühle hin da soll noch mehr shops hinkommen also ich werde gleich auch noch so ein bisschen einrichten und dann kommt hier hier kommt noch eine große Gaststätte hier und hier kommt so ein Haus hin wo es dann runter in mein Lager geht also das heißt ich will mein Lager hier unten irgendwo hin machen also von da hinten nach da unten verlegen äh ja das ist übrigens der Kopf von meinem Freund Jan aka Snook ähm fragt nicht warum er sie so genannt hat hier ist das Lager von King of the Boss auch noch ein kleiner YouTuber ähm könnt ihr auch gerne mal vorbeigehen wenn ich sicher sein äh ja würde ich sagen packe ich noch ein paar Blöcke ich wundere sind nicht alles was ich an dem Zeug fand das sind dann noch 7, 8, 10, 11 ich darf davon alles 31, 15 ob es das passt ganz ist auch egal und was ich packe ich behalte immer so ein Stack hier und das packe ich in Schock rein das sind auch übrigens wenn ihr viel Gold habt könnt ihr es mir gerne spenden kaufen mir egal also weil ich hab nicht viel Gold äh ja das heißt hier Goldblöcke hier ist noch was drin und dann Blöcke hier 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 ups ich hab jetzt so ein Glockens Deck zu viel rausgenommen egal und dann hast du es eigentlich auch schon wieder das heißt ich geh wieder ehre Alter Tom hat hunderttausend hunderttausend Ragen äh rausgehauen ähm ähm nice ehre ähm was wollte ich also abholen hier hab ich meine AFK-Farm das heißt ich hol mir da mal ein bisschen ähm Dienst ein bisschen das ist auch ein Glück wieso ich in letzter Zeit durchgehend fast äh also ich höchstenteils immer noch mehr hatte da ich hier relativ viel AFK stehe äh kann ich hier eingehen in den Film rein mit ja äh das ist das ist zufrieden ähm 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 ja da würde ich sagen richte ich jetzt noch in den Shop ein fülle da oben vielleicht noch ein bisschen mit Erde auf da war es das schon heute von also das klein war es das bald schon wieder von diesem Video Okay hier ist noch ein bisschen eine Tausel ich hab da noch Dolen next 這裡 hier hab ich noch ein bisschen Trouble hier genau hier einen Dolen hier ist er drum Ich hatte doch irgendwo noch Smaragd zu verkaufen. Kohle? Ja? Ja? Achso, ich hatte kein Smaragd-Erz. Pff, dann kommt's, nee, was weiß ich, kein Smaragd. Ähm, und Ding, unten, nach, also nach hier unten, irgendwo rein in die Kiste. Wann ich noch welche, ähm, Verbesserungsvorschläge gehabt, was ich noch besser bauen könnte, hätte, sollte, müssten. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bagge. Ähm, und dann, dann würde ich auch schon sagen, dieses Video ist ein bisschen kürzer geworden, dafür werden die nächsten, ähm, wieder ein bisschen länger. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, irgendwelche Gesprächsthemen. Und wieder, ganz wichtig, wieder oben beim i abstimmen, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! tanpa cript Vielen Dank.